Skispringen Normalerweise sehen Zuschauer beim Skispringen in Willingen die Mühlenkopf-Schanze nur von unten. Um Ihnen einmal zu zeigen, wie ein Sprung für die Athleten aussieht, haben wir eine kleine Kamera auf dem Helm von David Winkler vom SK Winterberg installiert. Er zeigt uns, wie er fliegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020